ja was geht ab liebe leute hallo und herzlich willkommen zu einem neuen folg von batman the series episode 3 so es geht weiter so wo gehen wir hin zur baustelle oder zur harvey jetzt ich hätte glaube ich habe lieber i'm headed over to dent your guys are gonna have to handle montoya i'll around up what offices i can gonna have to head out there myself too i know this is risky batman just be careful episode 3 unis 6 requesting back up corner of 15th in main now you've got a major disturbance here several armed suspects on the loose we gotta hurry batman's on his way relax we'll be ready for him listen i don't want any trouble yeah too late dent oh gut siehst all stand get behind me debra get behind me you think i'm scared of you you should be you should be tell me where your leader is what are you planning that all depends on you batman äh äh ich drohe ihn lieber bevor ich ihn verletze don't make me hurt you start talking and i'll hand you over to the police in one piece go ahead there is nothing the cops can do that we won't know about including every time gordon uses you as his errand boy he might hit us everyone all right get the hell away from us i'm the mayor now and things are gonna change around here starting with people like you this city is a battleground Gotham does not need you taking matters into your own hands you make these freaks think it's okay hey i just saved your life show a little gratitude i can handle the children of arkham without your help you showed me where you stood back at the debate hey hey come come on let's go i'll call us a cab this is my city now not yours heads up they got three black and whites headed for the handoff gordon's with them Alfred are you all right yeah but they knew i was coming they seem to be getting info on the gcpd's whereabouts not sure how i need an update on the construction site bringing it up now stay down we're coming to you everybody take cover you'd better get down there on my way on my way three Inter perpendicates okay the location is almost closed based on how you watch the game you wouldn't have even been here lieutenant Ich habe das gemacht. Sie haben ja besser gesagt. Sie haben ja besser gesagt. Wir haben unsere Arten gefeiert. Sie wussten, dass du kommst. Wie? Wir benutzen einen gewissen Kanal. Du sagst, dass wir ein Leak haben? Gordon in die Kommandung. Wer ist da? Kommand hier. Was ist es, Gordon? Das ist hier. Was ist es, Gordon? Es wurde kompromisiert. Gordon in die Kommandung! Do you copy? Die Kommandung! Ich schaue in das. Ich lasse euch wissen, was ich finde. Die Kommandung! Bruce? Die G.C.P.D. wurde kompromisiert. Die Kinder von Arkham waren die ganze Zeit. Wie? Das werde ich herausfinden. Alfred. Ich schaue über die Behandlung von... ...eine Art von Encryptive Kommunikation. Es kommt auf meine Bildung jetzt. Aber ich glaube, es sieht aus wie ein bisschen gibberisch zu mir. Ich muss nach Wayne Tower gehen und nachdenken. Ich habe Lucius auf die Linie. Ja, sofort. Wenn die Publikum herausfinden, die Polizei nicht able zu kommunikieren... Ich bin nicht sicher, ob jetzt nichts. Aber Lucius bekommt die Antwort. Ich habe ein Gefühl, dass wir nur die Oberfläche gesehen haben. Ich hoffe, dass es uns nicht sinkt. Ich habe Lucius auf die Linie, jetzt. Bruce, bist du da? Ich schaue auf dieses Daten, das Alfred mir sendet. Es ist schrecklich. Ich muss wissen, was die Kinder von Arkham machen. Wie schnell kannst du die Kripte? Das ist ein schwieriges Problem. Aber ich sollte es kurz haben, wenn du mich in Wayne Tower treffen kannst. Ich bin bereits auf meinem Weg. Ein verstörter Mann. Wayne Tower. Ich bin jetzt bei der Start 2 Nummer 1. Wir sind jetzt schon fast als Start 2 Nummer 1. Wir sind jetzt aktuell. Keine Begrüßung, gar nichts. Sehr unhöflich. Wie ist denn das? Ja, ja. Ich liebe sie auch. Both von ihnen. Ich weiß. Every day, ich wünsche ein Vater noch mit uns. Er war wunderschön über seine Jahre. Und Martha. Sie war so ein Wunderschön zu haben. Ich wurde in eine Aufmerksamkeit für eine Aufmerksamkeit. Ich habe nicht gesagt. Du warst nicht, Bruce. Du bist das Thema Diskussion für die Aufmerksamkeit. Sie wollen mich absägen. Sie wollen mich absägen. Du musst es verstehen, Bruce. Diese Firma ist größer als jeder individuell. Wir müssen die Gesichter halten. Und nach diesem Skandal... Was mein Vater... Ich bin nicht er, Regina. Ich würde nie die Leben der Innocenten für meine eigenen Vorteile kompromisieren. Ich weiß das, Bruce. Aber du musst verstehen, dass was die Publikum hören wollen, nicht immer was wir wollen. Die ganze Stadt schauen, um zu sehen, was unser nächstes Mal wird sein. Bruce, ich habe etwas. Du musst hier runter. Jetzt! Ich habe mit deinem Eltern gearbeitet. Ich habe mit deinem Eltern gearbeitet. Ich habe mit dem, was sie nicht so gut gemacht. Ich habe mit dem, was sie nicht so gut gemacht. Ich habe mit dem, was sie nicht so gut gemacht. Sie sind nicht so gut, Bruce. Sie sind so gut, Bruce. Wir haben immer die Leute zu uns. Wenn sie fallen, ist es ein Schmerz zu allen, zu allen, die sie zu uns. Ich habe das Gefühl, Regina. Danke. Ich meine, was ich gesagt habe, vorhin. Familien wie unsere brauchen, müssen zusammen fliegen. Vielleicht jetzt, mehr als immer. Ich sollte runtergehen. Ich will nicht, sie ohne mich eine Entscheidung machen. Ich werde dich nachher finden. Die werden mich garantiert absägen. Hundertprozentig. Ich werde gleich runtergehen, Lucius. Die werden nicht jemals. Das ist sehr gut. Sie sind so gut, wie ich es. Ja. Ja. Jetzt mal die schlechten. Ich habe die Beziehung auf den Weg, die Stadt zu verhören. Nun, das ist so. Ich habe die Beziehung auf die Beziehung auf Wayne Enterprise. Wenn die Kinder von Arkham haben die gleiche System, das bedeutet, dass sie meine Identität kennen? Es sieht aus, dass sie nur die G-CPD haben. Nicht viel mehr als auch. Ich habe Alfred Warren Gordon. Die G-CPD muss ihre Wain-Tecke-Define auszudrücken. Nahtinein. Ich habe jetzt das Verhalten. Ich habe das Werk. Ich habe das Werk, die ihr vermissen lassen. Ja, ich kann sie für den Weg, aber es kostet mehr, wenn sie da weg aus dem System sch催. All diese Frage dauert etwas, was wir da sind, Wie haben die Kinder von Arkham herausgefunden, über die Backdoor in der ersten Zeit? Sie sollten nicht ihn finden können. Nicht, wenn sie wissen, was sie suchen. Wer sich in die Tür verletzt, sicher wissen, wie sie ihre Tracks verletzten. Wir haben eine Moll. Es gibt keinen Weg, dass sie eine Möglichkeit haben, ohne jemanden auf der Mitte. Nur ein paar Menschen auf der höchste Ebene können über die Backdoor herausfinden. Ich werde weiterarbeiten, um diese Kinder von Arkham zu arbeiten. Wir sehen, ob es ein Weg gibt, um ihre Aktionen zu verletzten. Wir haben lieber diese Dinge zu verletzten. Nur so. Okay. Was haben wir denn hier alles? Ich wundere immer, warum sie eine Tape hatte, die sich verletzten können. Ich glaube, sie kommt in ziemlich handig. Ich glaube, sie kommt in ziemlich handig. Ich glaube, es war viel mehr Paranoia als Percaution. Ich habe eine neue Sticky-Bomb entwickelt. Das Signal ist aktiviert auf der Unterseite. Attach es, woher du brauchst. Dann detonate es mit deinem Gauble. Boom. Interessant. Wichtig. 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 Diese Dinge packen eine sehr wichtige Punch. ... ... ... ... ... Du bist beschäftigt, nicht wahr, Lucius? Oh, was ist das? Es ist etwas, was ich noch arbeiten. Einige neue Armament, um dir in der Pflege zu helfen. Es gibt nur so viel, was du dir selbst tun kannst. Aber es ist noch nicht bereit. Ich weiß nicht, ob das das einzige, was sie stammt. Es sieht aus, wie ein inhaltbarer Stück von Lucius-Fox-Technologie. Tiffany ist wirklich nach dir. Und Luke. Stubborn, wie immer. Ich denke, was Gotham geworden ist. Und ich denke an sie. Sie geben mir alle Gründe, die ich mit Batman arbeiten muss. Er ist der einzige, der sie wirklich schützen wird. Und er wird, Lucius. Sempre. TT Series Episode 3. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.